Musik Ich bin im Raum Salzburg für neun Filialen und ca. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. In meiner Tätigkeit bin ich Mentor und Coach. Dazu gehört das kontinuierliche Weiterentwickeln meines Teams. Also ich arbeite in einem sehr jungen Team. Wir sind acht Personen in der Abteilung. Und der große Zusammenhalt und die Unterstützung zeichnen uns eigentlich als Team aus. Alle sind immer füreinander da und helfen auch jederzeit. Bei mir gab es vor zwei Jahren einen Todesfall in der Familie, der mich sehr getroffen hat. Und meine Abteilung war wirklich sehr für mich da, vor allem meine Arbeitskollegin. Das hat mir wirklich sehr viel bedeutet, dass ich auch in der Arbeit den Rückhalt hatte und mich dann nicht fertig machen musste. Ich mit meinem Chef habe ein sehr gutes Verhältnis. Wir reden immer auf und wenn es wirklich Konflikte gibt, dann können wir die gemeinsam lösen. Es gibt eine Rewe Weihnachtsfeier zum Beispiel, wo sich sehr viele von Penia immer wieder treffen, Jahr für Jahr. Es gibt teilweise auch ein Sommerfest, wo man gemeinsam Zeit verbringen kann. Und so sind es natürlich einzelne Kollegen, mit denen man sich in der Freizeit trifft, wo man dann auch einmal nach der Arbeit auf ein Bier geht. Auch die Wiener Wiesen auf die GmbH immer. Das ist immer super, wenn man dann halt eben auch in der Freizeit, da lernt man die Leute eben auch ganz anders kennen. Und ich glaube, das macht halt auch einen sehr großen Teil aus. Das war ich jetzt nicht. Ich war es einfach nicht. Dann gucken Sie.